Wer Scrat aus Ice Age mag, wird das skurrile Sandbox-Game Squirrel with a Gun lieben. In dem durchgeknallten Spiel auf Basis der Unreal Engine 5 schlüpft er in die Rolle eines schießwütigen Eischhörnchens, das mit Knarren ausgestattet unschuldige Passanten bedroht und ausraubt. Hinzu kommen ein paar Jump'n'Run-Einlagen, die eben an jenen Scrat aus Ice Age erinnern. Squirrel with a Gun ist bereits auf Steam vertreten. Ein konkreter Release-Termin ist hingegen noch nicht bekannt.